ja wo ist der testmännchen wer ist so blöd und kauft sich zwei wasserpistolen für 275 euro der steht vor euch ja ich habe ein bisschen was von super socker geholt und zwar was sehr sehr seltenes aus den 90ern der ein oder andere weiß bestimmt schon was es ist will ich euch zeigen die sollen angeblich funktionieren nur ein bisschen zerkratzt aber das interessiert mich ja nicht die kommen nachher meine super socker wand und da will schon vergleich machen ich will noch eine andere wasserpistolen steigern auch sehr selten und ja das zeige ich gleich mal wie ich die ja steigert habe und da kommt noch ein fettes video gleich 43 minuten geht leider so lange das ist das große thw set das habe ich heute fertig gemacht und noch eine super socker double trench zeigt euch gleich doch dann freut euch auf die videos und geht nicht so schnell ins bett so 3 2 1 meins kinder hat Das ist ja nix. Komm Leute, da geht noch was. Oder muss der Michel wieder mitbieten? Tschi-Tsching! Paut! Gekauft! Hoho! 127 Kracher! Leck, ist die noch hochgegangen. Oh ja, was soll's. Ich hab's ja. Oder Onkel Dagobert. Ich hab's ja. Oder Onkel Dagobert.